Mein Name ist John Semple und ich bin der GoPro auf der MS Europa 2. Wie man das sehen kann, wir haben hier zwei Simulator und das ist für mich Gold wert. Weil was gezeigt wird, ist die Flughöhe des Balls, die Flughöhe des Balls und die Länge des Balls wird gezeigt. Also erstmal, das ist ein ganz neues System vom Scope. Ich glaube, es ist das erste Kreuzfahrtschiff, das dieses Scope System hat, auch in Kombination mit dem Simulator. Wir können die beiden Systeme anmachen. Ich kann den Schwung aufnehmen und in Zeitlupe zeigen, die Gäste zeigen, was die geringsten Fehler falsch machen. Und in Zeitlupe versuchen, das zu verbessern. Man kann ein Kreuzfahrt machen, Urlaub machen und auch eine Golfreise machen. Wir haben ein Paket und dieses Paket heißt Golf & Cruise. Wir spielen die besten Plätze, die es gibt. Also normalerweise morgens früh, wenn wir ankommen am Hafen, ich springe raus und fahre vor mit Taxi zum Goldplatz. Und ich sehe schon, dass alles organisiert ist für die Gäste, wenn die ankommen mit Bus. Das Besondere daran ist, dass es ausgesuchte Pros der PJF Germany sind. Zudem halten wir je nach Reiselänge auch ein bis zwei Vorträge über ganz aktuelle Themen. Sei es zum Beispiel, wenn wir nach England fahren, dass wir erklären, was sind Links-Courses. Oder weil gerade aktuell der Raidercup ist, erzählen wir über diese Geschichte. So ist es ein sehr, sehr exklusives Paket, das es in dieser Art und Weise genau nur einmalig bei den Schiffen von Hapag Lloyd gibt.